Im Hangar-Dock unter der Oberfläche machte Chewie den Millennium-Falkenstaat bereit. Er blickte von seiner Arbeit auf und sah zwei sonderbare Gestalten, die gerade um eine Ecke bogen und sich unter die Rebellen im Inneren des Hangars mischten. Keine der beiden war menschlich, obschon eine davon eine menschliche Form besaß und wie ein Mann in goldener Rüstung aussah. Sein Begleiter brauchte keine menschenähnlichen Beine, um vorwärts zu kommen, denn er rollte mit seinem kleineren, fassartigen Körper auf Miniaturrädern behendet dahin. Der kleinere der beiden Droiden piepte und pfiff aufgeregt. »Mach mir bitte keine Vorwürfe, du eingerostete Blechbüchse«, sagte der große, anthropomorphe Droide und gestikulierte mit einer Metallhand. »Ich habe dich nicht gebeten, die Thermalheizung raufzudrehen. Ich habe nur geäußert, dass es im Raum der Prinzessin eiskalt ist. Aber es sollte da drinnen so kalt sein. Wie kriegen wir jetzt bloß ihre Kleidung trocken? Ah, da sind wir!« C-3PO, der goldene Droide, blieb stehen, um seine optischen Sensoren auf den Millennium-Falken zu richten. R-2-D2, der andere Roboter, zog Räder und Vorderbeine ein und ließ seinen Metallleib auf dem Boden ruhen. Die Sensoren des kleinen Droiden registrierten die vertrauten Gestalten von Han Solo und seinem Wookie-Begleiter, die am Hebewerk des Frachtschiffes arbeiteten. »Master Solo, Sir«, sagte 3PO, der als einziger der beiden Roboter mit einer menschlichen Stimme ausgestattet war, »dürfte ich ein paar Worte an Sie richten?« Han war nicht erbaut über diese Störung. »Was willst du?« »Prinzessin Leia hat versucht, sie über den Kommunikator zu erreichen«, teilte 3PO mit. »Aber der scheint nicht zu funktionieren.« Han wusste es besser. »Ich habe ihn abgeschaltet«, sagte er knapp, während er weiterarbeitete. »Was will Ihre königliche Heiligkeit?« Drei POs akustische Sensoren fingen den Sarkasmus in Hans Solos Stimme auf, wussten aber nichts damit anzufangen. »Sie sucht Master Luke und nahm an, er sei hier bei Ihnen. Niemand scheint zu wissen.« »Luke ist immer noch nicht zurück«, fragte Han besorgt. Er konnte sehen, dass der Himmel vor dem Eingang der Eishöhle dunkel geworden war, seitdem er und Chewbacca gemeinsam am Millennium-Falken arbeiteten. Han wusste genau, wie stark nach Einbruch der Nacht die Temperaturen auf der Oberfläche des Planeten fielen und dass die Eisstürme tödlich sein konnten. Er sprang, ohne sich nach dem Wookiee auch nur umzusehen vom Hebewerk des Falken. »Schraub alles fest, Chewie!« »Deck-Offizier«, brüllte Han. Dann führte er das Kommlink an den Mund und sagte, »Sicherheitskontrolle! Hat sich Commander Skywalker schon gemeldet?« Als die Antwort verneinend ausfiel, machte Han ein finsteres Gesicht. Der Deck-Offizier und sein Adjutant älten auf Solo zu. »Ist Commander Skywalker immer noch nicht eingetroffen?«, fragte Han gepresst. »Ich habe ihn nicht gesehen«, erwiderte der Deck-Offizier. »Möglicherweise ist er durch den Südeingang zurückgekommen.« »Stellen Sie das genau fest«, schnauzte Solo, obschon er gar nicht befugt war, Befehle zu erteilen. »Es ist dringend!« »Wilch» »Heil Duh«, mach Construy2 » » »Hil»